beim umzug keine verluste zu melden oder das ist immer ganz gut das passiert ja auch dass man beim umzug irgendwas verliert oder so ein scheiß uncool da ist ich was da meine tante ist bei sowie auch nicht monika meine theorie hätte ich einfach selbst widerlegen können das wollte ich nicht weil ich wollte ja nicht wohl wieder gehen lassen ja alles klar ich habe den kugelschreiber stetting ich habe blaster ja ja da schon der tod ich kümmer mich im tor ja mit blaster geht das gut wir wissen wir haben ja gelernt blaster kit mit dem ersten schoss der blaster sind okay wo hier ist ein hai ich sehe es geschenkte eier da ist der hier raketen ja gut genug eier hatten wir ja ok perfekt ist nur noch eigentlich überleben ne fisch eier boah ich bin so auf den sammlern also ich meine damals hatte ich richtig spaß auch vor allem ja was mich nervt ist immer dass sie ein sniper diese eier sammeln muss das ist total doof warum muss ich denn als sniper all den weg dahin um eier zu holen nun mal dass sie schmecken guten honger anna und hey pikachu es geht wasser schlag capture so fleck und das klingt wie so ein richtiges pvp aber wie ist das dann bei dir wenn ich einfach so zum beispiel bei monster handen wenn ich da jemanden wenden begrüße guckst du da auch rein oder vertraust wir da einfach und sagt auch so hallo xyz okay weiß ich ja was ich habe ich zwar machen kann kacke gar ich begrüße ihn nur dann halt hier jahre wo spielt nicht mit falls immer noch mal wieder monster dann machen möchte aber ich habe hier in dem match noch nicht mehr dazu rückwärts also so ein dämts ja und ich glaube irgendwie ist das so der nur wie so das spiel einer gestorben ist flange kommt aber das ist ein großer dicker okay wir haben eh genug eier die sind jetzt nicht worte ich so dass ich sagen würde mit dem spiel ich nicht aber ich würde mir jetzt auch keine also ich würde jetzt nicht zu besseren nein sein wurde geboren und sie auf dem fluss fahren das lager voll richtig viel habt ihr auch das lagerfeuer lied gesungen was denn das sind die richtigen fragen bin ich leider nicht drauf gekommen ich war nicht so tja lernt von mir lernt von mir ja also immer immer hat er gerade hierher gesagt der wende ja seit der woche beim sterben da sind eier da unten ja habe ich gesehen aber da kommt auch ein turm ok ich versuche mich um den turm zu kümmern ich bin gerade da ich bin fast da ich bin fast da der ist tot ok da ist schon wieder einer tot wow aber ich glaube vielleicht ich hoffe die spiel zu zweit und beleben sich die ganze zeit einfach selbst wieder ja der ist am turm ich musste gerade da hoch regen 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 ich muss da weg zwei eier brauchen wir noch haben wir genug ja hier ist ein auto ok hat wieder so viele leute ich bin tot das war ich habe dieses bett legen was soll ich damit machen schießen wie wir aber erst mal aufladen ich muss erst mal aufladen warte wo bist du ich tötete ich jetzt mit dem strahl wo bist du ich habe dich auf den dach ja das war das war wohl nur der wind der mit dem bogen ja die kindern war kalt zu kari wie weiß ich muss doch schon kühler er war es war wenn wir tauschen können jetzt was gesagt würde ich hätte ihr sofort wieder gegeben ach schon wieder dieses platz link das bett schon eins hatte ich auch mal mit spätling gespielt für eine zeit war lustig aber ich kam nicht so gut damit klar muss ich sagen das bett ist ein großer dicker komme ich durchs gitter dadurch wahrscheinlich oder ja wo ist ein form ja wir haben hier den klekster bist du das oder ich habe immer noch split weiter hast du den blaster ja fast fast ein versuch gebe ich dir noch jetzt hast du deine waffe sagen oder hast du das hast du den blaster nee jetzt sagt deine waffe hält den blaster äh weißt du den blaster ich hab halt mich in den stream geguckt nein ich bin tot habe ich gesehen wow und du guckst nur zu hilfst nicht ey ich bin dabei ich kann das oh ich bin tot jetzt bleibt doch da stehen okay dann halt nicht hä ne der random ach so ich war hinter ihm ich war hinter ihm und was macht er ja ich geh mal weg von dir aber spamt hilfe ja ist wie bei einem unfall wir haben lauter so schreit der hat denn geht's gut auch ich habe ich steigbar nein es ist ja eine renne war für immer dabei ich glaube ich habe die renne keine ahnung ich bin tot verlassen danke aber keine tinte keine tinte ich bin tot da cool wow es wird sich wieder hoch den turm dann ist da plötzlich eine bombe und dann kriege ich einfach von so einer pfanne in der ohrfall wow danke ja hast du das ja das sollte mein jolo schrei ausrufen dass ich äh gerade in ich wünschte du wirst da wieder ins wasser gefallen ey ist ja wieder lustig gewesen das ist schon ok alter ich habe jetzt wieder eine andere splattling ja da ist ein zufallswaffe dabei ja ja genau das hatte ich gesehen aber ich weiß nicht was die anderen fest sind ja wahrscheinlich blaster kugelblasting und wechsel ja genau den ich jetzt gerade habe tja es kam aber wenn man rufen da kommt es gut zwei haie tatsache mega gut ich bin auch gespannt ob die neue bosse integrieren ja da sollen neue bosse sind sie wurden schon vorgestellt okay ja wie gesagt ich habe die direkt da die 40 min durchgeskippt ne ich habe mir das angeschaut ich habe kein ei geht da hoch so den haie nehme ich mal mit hä wie viele haie hier ist hier oben ist auch noch einer wow als ob der heimlich erwischt hat das ist ja den turm schnäppig mir jetzt oh da sind zwei paketen werft den ja ist egal boah ich habe gerade mega viele kaputt gemacht am bosse ey nice okay das sollte reichen wiii ich surfe jawoll läuft ey läuft der war mir nimmt das hier lachse hier so ist das sehr schön sehr schön läuft besser als niger kam ähm schon dann bahn 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 ich bin sogar damals schon belassen ich dachte ich bin ja ja gab es nicht auch irgendwie ein bösewicht der stingray heißt oder so mir kommt der name auch bekannt von was ich sagen aber ich weiß gerade nicht vorher ja ist ja nicht der typ aus aquaman der bösewicht der so laser schießt man ist ja klar wochen schießen ja auch laser aus ihren augen aus aquaman das ist der typ in den fischen ja da danke wagen wagen kaputt ich habe diese waffe ich warf hast du denn mit ich habe ich habe eine splatling ich hasse diese waffe würde ich sagen ich habe einmal ich habe nur verstanden ich hasse diese waffe da kam hier nicht an du hast einfach nicht zugehört natürlich ja was genau das seltses bild hi ich habe nicht gesehen aber das hat mir vorbei geschwommen also dachte ich mir i don't give a fuck ja der ist mir hinterher geschwommen ja und das ist ja auch dein problem würde ich sagen ne da ist noch ein hi als ob ey nein mich hat so ein dicker mit der pfanne verhauen ich wollte habe haye aufgegessen danke auch ein hydrant gibt es hier auch aber wahrscheinlich ist das die zufälle ja genau das ist Zufall äh wir haben ein disconnect nein nein ma johnny hieß das johnny keine ahnung weiß ich nicht ich glaube schon ja ja da stand johnny äh ach so ne warte mal wir hatten wir hatten rochen und wen hatten wir noch bad die flieder die flieder ich glaube die ist die jahre muss rausgeflogen because i guess he has a bad connect warum bin ich eigentlich hier ey ok nein bad bad ist noch da ja ah ah wow bad ist gestorben nein ich mache jetzt wieder keinen äh bad joke nein nein aber hätte ich es gemacht das hätte dann der andere spieler gerochen Gerochen auf Was sind denn die Monster? Unten, da ist ein Turm, da ist ein großer Lord von Nasenwurf. Ich komme mit ein Ei, ich komme einfach nicht über das Gitter, ey. Blick ist einer rein, ich habe das Einer reingelegt, oh mein Gott, ich habe uns gerettet. Ich bin tot, lauf, lauf Kleckser, lauf. Ne, ich sage mir nicht, was ich tun soll. Dann schwimmen, schwimmen! Oh, nice, das war ein bisschen knapp. Ich habe gar nicht gesehen, dass die Zeit fast rum ist. Deswegen meinte ich ja, ah, endzap. Ne, find it's versa. Ja, dann hast du Rennen. Ja, es wird dunkel, oh oh. Ja, nein, aber 8 Eier wenigstens. Äh, ich werde markiert. Sammeln! Versteck mich mal hier. Na! Ja, geil! Rate mal, was passiert ist. Ist doch gut, ist doch gut, sei einfach hier drauf. Okay. Okay. Ich bin tot. Okay, nice. Wo bist du? Unten? Was? Ich sehe die letzte Runde, ne? Was, was? Ja. Nice. Mann! Nein! Ich werde markiert. Ich bin tot. Nein, wir sind tot. Ja, nice! Oh man, ey. Weißt du, wenn man einmal von den Geschuss wird, ey, da weiß man doch gar nicht mehr wohin, ey. Oh, ey, das ist so belastet, ey. Wie man einfach random Geschuss, ey. Danke, bad, ey. Danke für nix. Eigentlich ist Stingray schon, ne? Weil der diskonnect ist. Ja. Achso. Ja, voll spektakulär, 14 langweilig. Ich hasse Frequenz. Wo ich glaube, im ersten Teil gab es sogar noch ein kleines Minispiel, was denn erwartet, ob ich zocken könnte, ey. Jaaaa. Da hatte ich mich. Aber was war das nochmal für Minispiel? Ich weiß, sowas wie, äh. Äh. Korb ist unten. Äh. So wie das, wo du, äh, glaube ich, immer nach Warten weiter nach oben springen musst, oder so. Ja. Und hier, ey, wir haben die es einfach rausgenommen, ey. Belastend. Wahrscheinlich waren die Leute damals, äh. Ja. Das spielt besser in der Hobby als, ähm. Ich hasse diese, äh. Sorry, gar nicht ins Wasser gefreint. Ja. Weil ich zurückspringen wollte. Ich bin da Randon an diesen Seil-Dingen vorbeigeflogen, oder vorbeigeschwommen. Und noch waren wir wirklich nur den eingesaugt, ey. Und dann wollte ich zurückspringen. Eingesaugt. Ja, ich bin da unschuldig da lang geschwommen, und auf einmal war ich da drinnen. Wenn du einfach von so einem Ding erwisch wirst, dann lass es einfach zu. Na, ach, sind zwei Haier hier. Nein, ich wehre mich, ja. Ich sage, nein, halt, stopp. Bitte eine Armlänge Abstand halten. Oder so. Ich darf. Schade. Ja, mach du. Dann mach halt. Ja, mach ich auch. Wir haben ja gerade voll die guten Random-Sea ohne Witz. Wir sind gerade eigentlich gar nicht nur so schlecht. Und der eine ist Ferrari. Und der eine ist Ultimate One. Gib mir ne gute Waffe. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Juhu. Ich habe Splatling. Tja, das kommt davon, weil du nicht gesagt hast, er ist ne gute Waffe, selbst schuld. Sterb. Hallo, ich seh das. Halt dich von der Düse nach. Man. Wie der da irgendwie ein bisschen voll am Leggen ist, ey. Tor. Ja, hi, 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 hi. Nein, ich schlage mich ins Wasser geschuss. Was passiert? Ich habe gerade gesagt, die Schlange hat mich ins Wasser geschuss. Ich habe nur dein Nein gehört. Ja, ich habe ne Woche lang geschuss gesagt. Als ob du das nicht hörst. Was? Hast du Argo, ey. Als ob. Und noch Eier. Und hinter. Und da. Oh ne Schlange, oh Jumpscare, oh shit, oh shit, weg weg weg, lass mich, lass mich. Wir haben genug Eier. Man kann die genug Eier haben. Achso. Ich bringe Klein Timmy, ich rette dich. Ich werde dich großziehen. Und dann wirst du mein eigener Vater. Was? Mal, jetzt hab ich das Splatding immer, ich hätte... Haha. Wenn du euch gesagt hab, gib mir ne gute Waffe, ey. Ich hab Blaster. Achso, der Mode. Auch nicht. Auch nicht. Da unten vielleicht. Auch nicht. Ah, zu mir. Ha, hier. Ma, ey, weißt du was sagst? Boah, ey, blöder Pisser, ey, weißt du? Er sagt, zu mir, ich geh zum Bruder. Disconnective. Wow. Da hab ich gesehen. Ich hab auch das zu mir gesehen, hab ich gewundert. Herr, das war doch gar nicht angezeigt, dass... Okay, schnell die Eier retten, bevor es die Fische machen. Ja, krieg ich dann keine Belohnung. Ja. Ja. Was? Was ist das heute wieder mit den Randoms, ey? Ganz ehrlich. Echt mal, ey, nicht mal? Disconnecten alle. Und eben hast du sie noch gelobt, ey. Echt mal, ey. Ich nehm meinen Lob an den zurück, ey. Und steck ihn halt in seinen Maul. Alter, wo ist der? Ah, hier. Okay, okay. Das schaffen wir auch nicht mehr. Ja. Ja, nice. Belastend. Oh, Mann, ey. So, wieder so albern, ey. Oh, das sieht so gut. Und dann ist er gegangen, ey. Warum? Und dann, dann pinkt der noch falsch. Ich mein, ey. Freak, ey. Freak, ey. Hätten wir aber Liga-Kampf weitergemacht, ey. Ja, wenigstens weniger Eier sammeln. Ja. Vielleicht passt das ja. Ich glaub, weniger Bosse kommen auch. Hier ist der Schirm. Ach, sorry. Down ist ein großer. Warum kann zum Beispiel hier keiner nachscheinen? Und dann einfach in ein öffentliches Match wäre doch auch cool, ne? Stell' mal vor, jetzt wo wir einen Platz haben, kann doch wer reinkommen. Ja. Und in irgendeinem Spiel war das so, da hast du auch die Chance gehabt, in ein offenes Spiel reinzukommen. Okay. Ja. Wenn du, äh, du kannst, wenn du in einer Instanz wahlst, in einer quasi so Dungeon, und, äh, äh, hattest du halt die Chance, in einen beweglichen, äh, in einem bereits aktiven Dungeon reinzukommen. Okay. Dann waren natürlich die Bosse dann schon kaputt und so manchmal, aber, war es halt in einem, äh, aktiven Dungeon drin. Mhm. Und es war, äh, vollkommen legitim halt. War natürlich nicht so cool, weil man die Bosse gerne kaputt machen würde, aber hier zum Beispiel, wenn das doch mega praktisch für denjenigen, der kommt da rein. Kriegt zwar vielleicht nicht ganz so viele Punkte, aber, ne, da kann auch direkt mithelfen. Wäre eigentlich möglich. Nintendo. Guck mal, Nintendo. Könnt euch gerne bei mir bewerben. Vielleicht bringe ich mehr cool Ideen mit. Ah. Hier ist... Dingens? Wie heißt der? Ja, ich mach hier gerade den Raketenwerfer down. Genau. Hast du das mit dem Roller? Ja. Ah. Ah, das ist ein Hai. Ich glaub, den können wir nach oben bekommen. Ja. Ah, das ist der langsame Roller. Ah, der macht Scharn. Ah, ah. Ah. Ah, das ist ein Hai. Der langsame Roller? Ja, das ist, äh, Fernkampfwaffe. Du machst immer diesen Sprung an, du. Boah, werde ich jetzt von diesen runtergestoßen, ey. Was? Ja, du lächst ja okay. Naja. Ich wollte nur von den kleinen runtergestoßen, als ich den Hai töten wollte. Die kleinen, ja, die sind manchmal so unüberflüssig nerven. Als ob ich daneben springe, ey. Wow. Ja. Okay. Ja. 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 Die letzte Welle. Das ist die letzte Welle, das ist der letzte Tag, lass ihn einfach nicht verschlafen, auch wenn es das ist, was ich mag. Flut. Nice. Kommt direkt ne Regenhof. volle tippenladung ins gesicht bei den großen schmettert ein teil kommt ich hab mach mal ein special ja vielleicht ist nicht so groß wie wo den findest du ich habe ihn gefunden hier ist noch ein Schorn hier ist wie heißt das Hakenwerfer ne ich bin tot aber ja ich hätte noch eine Bomben Special ich bin hier oben am Tor am Korb danke was ich wurde aus der Luft getroffen wovon denn wow was ich wollte gerade meine 2 Antintenschocken machen oh nice ach so dass ich auch gott nein ja 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 gestorben auch ja hab ich gesehen das vertraut einfach von der Rakete noch erwischt ja es hieß Ende halt dass ich da noch kriege für mein Revierkampf wäre ich da nicht gestorben ich war nur zu dritt ja gut gemacht morgen die hat einfach alles gemacht ja gesammelt richtig so guck mal wir haben sogar jetzt bin wieder noch ein Stufzellen nur damit ich hier ja doch hier Leute mitspielen ne das war alle Frage außer Hario ich mach einfach privat dann so ich hoffe ich einfach wieder Max sagen habe und dann einfach über den sein und dann dich beschwert so warum kriege ich keine Punkte ja gut na wer weiß vielleicht machen die das mit dem Punktensystem jetzt auch besser oder so ja ich meine ich hätte ja auch kein Problem damit wenn ich weniger Punkte verliere äh weniger Punkte bekomme ich meine ist ja ist ja okay ich verstehe wenn da Leute die noch nicht so einen guten Rang haben ne aber ich muss sagen drei wenn man die ganze zeit zusammenspielen muss sagen das motiviert ja eben nicht dann mit leuten zusammen zu spielen die einen schlechteren Lagen haben dann würde ich doch eher sagen damit die spiele ich nicht welchen hast du noch gleich oh ich habe zwei Türme Klexa ich mache den Einturm ok Regengut von rechts unterwegs 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 aber ich bin mal so ein Nasenwert ja perfekt ey aber auch da war ich doch leicht zu gut wieder da kommt ein Auto hoch und ein Hai ist irgendwo aber wir sind noch ein paar Sekunden und dann rennen wir die Welt ich will nicht die Welt retten sagt der Buja er nervt mich jetzt schon ich war's nein ich war's nicht ich konnte die Lüge nicht aufrechterhalten da habe ich gemerkt habe ich gemerkt alles Haribo einfach vor Gericht haben sie ihn wirklich nicht umgebracht nein doch es tut mir leid ich wollte nicht lügen ah ist das mutter schön scheiße ja rate mal wer den strahl hat ich nicht ich schon dann schieß jetzt schon ja das sagt gerade nein als ob ich da runterfalle wow okay abgewählt hab ich sobald um gesagt wird mutterschiff kommt kannst du drauf schießen die strahl geht super weit ich glaube könnte sogar das schiff jetzt schon abschießen das bringt halt glaube ich nichts jetzt muss halt nur auffassen dass ich weiß dann jetzt aber ich hätte vorher angegriffen gerade ja aber läuft gut jetzt schon dieses flug da ist ein raketen rechts hat mich erwischt ich habe den high mit einem raketen tut kriege ich glaube ich nicht gleich erwischt ich mache den turm ich glaube da kommt ein großer auch ne ok der große ist aber da auch oh shit strahl hat mich da kommt noch ein strahl wo bist du gekommen zu dir alter sind da zwei dicke ja die sind da gerade ich bin tot ich bin tot ok ok oh irgendwer alter was ist hier denn los wer hat denn die bomben special ey das sind 4 eier ey ich habe keine special mehr ich habe auch keine ja ich bin tot nein ich kann da nicht hoch nein ach komm ey also du hast einen strahl benutzt und ich habe meinen titel genutzt hätten wir also ein gutes team gehabt hätten die vielleicht ihre kack special genutzt schade dann hätten wir es geschafft und easy ich meine gerade jetpack der hätte einfach losfliegen können der hätte den raketendut einfach aus dem luft pfeffern können ganz easy und bombs blau der der eine hat auch gar nichts soll ich dich jetzt mal enttäuschen damit damit die wandern sich nicht so schlecht fühlen müssen ja die sollen sich immer schlecht fühlen wenn die sich nicht bemühen müssen die sich schlecht fühlen ich muss sagen ich hatte aber auch eine coole waffe ich hatte die splatling hat sich er hat richtig spaß gemacht nichts machen zu können ich weiß gar nicht mehr was ich in der letzten runde hatte das heißt ich war auch meine teammates angewiesen eben dass ich äh aber zwar ist das furchtbare jetzt habe ich glaster boah ich wollte schon sagen ey der eine äh fuhr halt an den linien rum und ich habe mich gefragt warum fliegt denn in der luft hat er jetzt sein jetpack grad aktiviert stunden boah okay da ist ein raketendude bombe komm ich da ran äh oh da kommt ein großer oh nein er kommt nach oben okay großer down ich geh mal zum raketendude ist lange gekommen alter als habe ich da runtergefallen bin okay wow die bombe ist rausgefahren als okay hi kommt nach oben ah hi down so ok ich habe mich nicht gesehen okay haben genug eier wo bist du ja da ok ich bin schon wieder nice was ich gemerkt habe ist wenn man auf diesen seilen hier hoch fährt dann kannst du einfach eine bombe werfen du lädst dir eh deine tente wieder auf so ja das geht nicht ganz cool ok 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 Okay, da sind Paketenwürfer. Wow, wir lassen sie sehen. Na, wenn man keine Tint hat, ey, kotze ich. Komm mal hier rüber. Oh, nice, danke. Ich sah voll zum Buja. Um zu zeigen, dass ich gerettet wurde. So. Es lebt nur noch der Blaster. Danke. So. Schade, ich dachte, man kriegt den großen mit Tinten-Schockdown. Äh, ja, wenn er seine Nase aktiviert hat. Ja, ja, ich dachte, man kriegt das auch so hin. Ne, das leider nicht, dann musst du gut verteilen immer. Ja. Aber genug Eier hätten wir. Ja. Ja. Da waren gerade ganz viele Bosse an einem Mann in Ruhe gestorben. Ah, ja, ich bin tot. Ja, okay, ich hab's geschafft. Boah. Boah. Klaus. Oh, warum krieg ich schon wieder die Splendling? Kleckser. Mann, es ist wieder dunkel. Kann ich auf diese Seite noch? Dieses Seil hier? Okay, wenn dann wird angefokust. Oh, jetzt werd ich angefokust. Ne, doch nicht. Oh, sind zwei tot. Nein, ich bin nicht. Ich komm da nicht drauf. Ich bin tot. Okay. Wo bist du? Dahinten. Und da? Okay, du bist wieder an dem. Ich werd angefokust. Ich bin tot. Okay. Wo bist du? Dahinten. Ich werd angefokust. Ja, ich bin auch gerade. Wir brauchen eigentlich nur. Also Eier sind gerade. Müssen sie aber noch einsammeln. Aber ja. Sonst werden genug. Ja, okay, wir haben genug. Jetzt nur noch überleben, ne? Ja. Ich bin tot. Alter, wie viel da hier los ist grad wieder? Oh ja. Das haben wir geschafft. Boah. Das ist ja so. Schon ein bisschen. Aber ich muss sagen, es lief besser jetzt die davor. Kass. Ich glaub ich bin. Vielleicht einfach gestorben in der letzten Welle. Aber ja. Ich muss sagen, es ist ganz cool, weil ich dann die ganze Zeit vorher kann und sobald ich anvisiert werde und die zu mir kommt springen auf dieses Ding drauf und hauen. Ist eigentlich ganz gut. Also das ist die Taktik. Hat sich gut bewährt. Aber auch nur vier Eier gesammelt. Wow. Guck mal. Rache ist die bessere Frage. Ja. Eigentlich, eigentlich müssen wir echt hier. Und wo ist Rache? Müssen wir. Ja. Schau's aus am Ende. Da ist Copyright drauf. Von dem kalten, von dem kalten Spiegel. Blastar. Jawoll, ich hab Kleksar. Nice. Und ich hab Hintenstock. Soll ich's zeigen? Ja mach mal. Soll ich's auch zeigen, was ich habe? Boah. Boah. Dann würden sie at randoms einfach instant hassen, ey. Also ich würde mich dann hassen, wenn ich der random wär, ey. Ich hab den da hingeschmissen. Geil. Ja lol, der random auch. Wow. Ach, bist du schon. Alles muss man selbst machen. So. Geht hoch. Schlange kommt hoch. Ja, hab ich. Schlange ist down. Oh nein, du wusstest. Ja, sehr. Soll man ein paar Eier sammeln? Sonst heißt es wieder... Uäh, wird die Mache gradig. Na ja, das wollen wir ja nicht. Wissen. Okay. Ich komm noch mit nem Ei wieder. Ja, ich auch. Na, ich merk schon. Äh. Den schnapp ich mir. Boah, das ist ne Schlange. Ja. Aber ich glaube, ich krieg beide down. Nein, 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 nein. Ja, beide down. Wer bist du denn, Ramo? This way. Eine schnapp sich. Sonst hier nicht zu melden. Bring jetzt mal Eier weg. Echt? Du gehst gerade mit nem Professional. Mit nem Bossier. Get on my level. Wahrscheinlich ist ja dein Level. Was ist ja Pelix? Wartei ich ja. Rechnissere peine. Uah- Splattling! Ich habe einen Pinsel. verstorben können. Oh... Ey, hopse nicht. Ja, ich sehe schon. Na, nach unten. Neu tschu. Ich hab... Was oikeaы? Florian VPN dice undfit. TJ- Zoe,laughing via radio? Gentlemen,ness Meeока zu ihr? das komme ich von hier daran das ist einfach so die die spätten version von ohrfeigen ich glaube ich einfach cool weil ich das auch auf team jetzt machen kann weil sie sich um sie wieder zu beleben dann erst mal ein paar offen die deppeln bleibt am leben das weiß schlagen ja beide tot gemacht gern geschehen danke wo bist du da letzter ich werde meine neue main ich kenne keinen schaden bin ich eine woche mit beschäftigt zwei autos schwimmen doch nicht weg was ist los mit dir wenn er tot ist dann keine angst ja aber schüttel was war weg von mir ganz ehrlich deine gewichts decke die beziehst du jetzt was ist eine gewichts decke so eine decke mit gewichten genau damit man wieso muss ich da an moonlight denken so wenn man so damit man beim kopf ist wieder hier auch belastende neun kilo decke krass damit schläfst du immer wenn man die ätze ein bisschen weg hier kann sich einer um den traum kümmern ne ich habe einen roller ja okay dann mal ich versuche das ich habe über das battling das dauert ein bisschen muss ich mal aufladen komm weg nice danke gerne geschehen gerne geschehen da kommt neuer zwei neue einfach läuft da ist eine Mühle da wow ich meine ich bin tot ich versuche mal den Turm da zu zerstören okay okay nice Geronimo das war eine letzte special wir waren am Tintjock warm ich kann wenn ich den Tintjock sag ich schon die den ganz Jetpack aktivieren am am Korb bin kann ich die die das Ei trotzdem reinlegen echt krass okay cool bei mir wurde A gezeigt A A drücken war dich lustig ja nice wir einfach demnächst die Eier so wegbringen ne ja einfach hochlegen ne von unten boah Chris ok ich glaube eine Runde schaffen wir nicht mehr ne dann gehen wir jetzt raus machen wir noch ein stündchen Revierkampf und dann gibt's Mario Kart würde ich sagen hat der Matti nur 15 Eier eingesammelt ey reicht doch wie viel